Leute, heute spielen Ben und ich eine freshe neue Folge Minecraft, aber ich hab was Cooles gefunden. Ben ist nämlich auf einer ganz anderen Seite der Erde. Ben, hallo! Also ich hab grad schon gecheckt, so weit weg bin ich gar nicht in die Suche. Echt? Ich chill in Kanada. Und du eigentlich, also ich weiß nicht, ob das noch zu Kanada gehört, weil du bist wirklich mitten in der Sibirischen Bahama Mama. Aber ich hab ein Dorf gefunden, so weit weg sind wir gar nicht. Echt? Okay, ich bin scheinbar irgendwo relativ weit oben. Vielleicht bin ich in Grönland oder sowas. Ich denke, du bist nach Kanada. Keine Ahnung, hier sind Bären. So, und wir haben hier schon mal eine Werkbank, die können wir uns klauen. Es gibt Skills, ne? Ja, ja, ja. Man kann hier auch Ranks haben und sowas. Ein Eisbär. Ich hab grad einen Rank gemacht! Ich auch, Alter! Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich bin jetzt besser am Woodcutting. Ich bin richtig tief runtergefallen, Ben. Oh, no, 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 no. Oh, ich sterb gleich direkt! Ich hab ein Halbes Herz, ich hab ein Halbes Herz, Ben! Ah, no, noob, ey! Ja, was soll ich machen? Ich bin am anderen Ende des Landes. Sorry, ich komme in deine Richtung. Okay, okay. Was kann ich mit dem Backpack? Ich muss instant ein Steak essen. Ich hab instant ein Halbes Herz gehabt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir öffnen gleich mal die Map, wenn wir einen ruhigen Moment haben. Hier ist auf jeden Fall noch ein Villager, den können wir auch befreien. Ich hab einen Goldapfel gerade bekommen. Hä, wie du kommst? Habe ich in einer Kiste gefunden. Zack. Das ist hier aber halt, also man kann sich hier töten, ne? Ja, ich glaube, das hier ist PvP. Hier können irgendwie Leute vorbeikommen. Ja, ja, hey, wenn wir hier einen Spieler sehen. Warte, ich gucke mal auf der Map. Ist hier jemand? Nee, bei uns ist keiner auf dem Planeten. Okay. Auf dem Planeten. Auf dem Planeten. Auf dem Planeten Erde. Nee, nicht ganz in Deutschland. Der ist in, das müsste Polen sein oder so. Ich öffne jetzt auch mal die Karte. Das hier ist die Karte, Leute. Ben ist hier in Kanada. Moin. Glaub ich in die richtige Richtung? Und ich bin hier oben in, äh, ich seh dich. Nee, du läufst nicht in die richtige Richtung. Du musst nach links. Hier lang? Du siehst aber auf dem Kompass, wo Norden und so ist. Kannst du ja da auch gucken. Ich hab Kompass? Ich hab keinen Kompass. Äh, auf der Map meine ich, auf der Map. Ach so. Stimmt. Einer ist tatsächlich fast in Deutschland. Okay, ich muss nach Nordwesten. Hier wurde sogar was gebaut, mega fett. Hamburg ist das. Jawohl, mein Hamburger. Da bin ich ja genau in die falsche Richtung gelaufen. Du musst dein Schwert leveln, da müssen wir für PvP ready sein. Wir werden da nach Polen gehen und die eine Spielerin da killen. Okay. Und das hier ist die Map. Okay. Äh, jetzt hab ich mir leider nicht gemerkt, in welche Richtung ich muss. Ähm, ich meine, ich muss nach Süden. Ich muss nach Südosten. Südosten, ja. Ich muss nach Nordwest. Das Problem ist, ich muss erst mal mir ein paar Steine zusammensammeln. Das ist auch so Steintool. Ja, ja. Aber ich bin leider in einem Iglo. Ich wollte ein Iglo runter und da fehlten leider die Leitern, weil hier schon mal jemand war. Und deshalb wäre ich fast gestorben. Aber ich hab's überlebt. Deshalb. Mining Level 1. Deshalb muss ich jetzt dringend wieder nach oben kommen. Das, Alter, hier ist ein Zombie mit... Oh, es gibt ja bessere Sachen. Also bessere Monster. Oh Gott, oh Gott. Hier war ein Skelett mit full enchanteter Lederrüstung. Das ist sicher nicht normal. Und noch ein Zombie mit full Gold. Hier gibt's special Monster. Mann, ey. Hier ist überall Kies und so ein Shit. Oh, hier ist wieder Erde. Also Schnee. So. Okay. Südosten muss ich. Südosten ist in die Richtung. Let's go. Hier sind so ein Scheiß-Skelett. Bär. Eisbären tun einen ja, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall im Schneegebiet jetzt hier schon. Ich bin auch im Schneegebiet. Da hinten ist ein Hut. Da ist ein Zylinder. Das ist eine Schildkröte. Hier ist was gebaut. Ich hab Schwert Level 3, Elina. Endermann. Ich weiß gar nicht, was dieses Level bringt. Das müssten wir mal herausfinden. Ist hier irgendwas in dem Hut drin? Also ich bin jetzt... Ein Bett. Ben, ein Bett. Wir sind doch ziemlich weit auseinander, du. Ja, diese Map ist verdammt groß. Ey, ich hab ein Bett. Und ich wollte eigentlich gerade seine Sachen rippen, aber der hatte eh nichts mehr. Ey, hat Laternen, der Dude. So. Unsere Reise geht weiter. Eigentlich bräuchten wir heftig mal was zu essen. Das Problem ist, wir sind im Schneegebiet und eigentlich ist das gar nicht mal so gut. Und ich hab ja noch nicht mal Holz. Also ich kann ja noch nicht mal mir ein Boot bauen. Ein Babypolarbeer. Und Fisch. Und Glas. Hier muss selbst gerade einer gestorben sein. Oh, Bäume. Geil. Endlich was zu essen. Cool. Zack. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, wir fahren jetzt so viel... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Der ist mad, der ist mad, der ist übel mad. Oh mein Gott. Netherite Schwert. Ich hab ein Netherite Schwert. What? Oh mein Gott. Hier ist gerade jemand gestorben. Und ich hab sein fullen Chant. Das ist ein Netherite Schwert. Okay, okay. Ich muss gucken, ob hier noch dieser Bär ist. Ja, aber hier ist doch noch mehr Stuff. Der Bär ist aggressiv, weil er hat ein kleines Baby. Oh mein Gott. So einen Lacken muss man erst mal haben. Okay. Hier ist auch ein Villager mit einer Pickaxe. Ich will mir die Sachen hier snacken. Aber ich will halt auch nicht sterben, weil so ein Bär ist ziemlich strong. Okay. Was ist da noch? Noch mehr Steak? Was wartet der hier? Ich kann Sachen mit meinem Backpack machen. Pack mal hier erstmal den Müll in meinen Backpack. Und dann renne ich da schnell hin. Jawohl, ich hab die Sachen. Wir düsen ab, wir düsen ab. Ist der Bär hinter uns? Nee. Alter, cool. Okay, unsere Reise geht weiter. Und von 8 Steak sind wir hoch auf 63 Steak. Ben ist gerade nicht da. Aber der wird das gleich erfahren. Das ist so cool. Okay, von Eisbären halten wir uns zukünftig fern. Wir haben ja gesehen, was dann passiert. Okay, in dem Dorf ist, glaube ich, alles leer geräumt. Aber es wurde geplündert. Guck mal, wenn man was schreibt, dann steht da, in welchem Land man ist. Siehst du das? Beispiel schreibt der Zwei. Bei den anderen steht das aber. United Kingdom, das ist wahrscheinlich so, wie er kommt. Katze Arm. Wir müssen jetzt eine lange Boatsreise machen. Ja, ja, dann treffen wir uns. Jetzt düsen wir mal los. Ich höre einen Delfin. Ey, da ist ein Delfin. Das Ding ist, während wir im Wasser sind, können wir ja mal kurz auf die Map gucken. Wir sind ja schon relativ close jetzt beieinander. Dann jetzt über den Ozean schippen wir zu Ben. Du musst eigentlich straight westen. Gerade westen. Straight westen. Okay, woran gucke ich gerade? Ich gucke gerade osten. Warum muss ich in den Westen? Ich hoffe, ich werde nicht vom Blitz getroffen. So, ich glaube, ich fahre jetzt relativ straight in den Osten. Okay, ich sehe ein bisschen mehr Land jetzt. Da, ich sehe dich! Ich sehe dich, Ben! Ich sehe dich! Moin! Du hast Diamantherzen, ist normal. Nee, du hast auch blaue Herzen bei mir. 20 blaue Herzen. Jetzt muss ich dir was Cooles zeigen. Und zwar, als du weg warst, habe ich was Krankes gefunden. Und zwar lag da mega viel Loot auf dem Boden. Und davor war ein Polarbär. Das heißt, es musste gerade eben jemand von einem Polarbär weggeschnetzelt worden sein. Und ich habe da voll viel Stuff gefunden. So zum Beispiel Trichter und so. Und ganz viel Glas und ganz viel Karotten und so. Und auch Glowstone. Aber jetzt kommt der Hammer. Ich habe einfach ein Ever-Ride-Schwert gefunden. Weißt du, wie lange man braucht mit Full-Verzauberung? Knockback 2 habe ich da drauf. Holy Moly! Ich habe einfach ein Nether-Ride-Schwert. Deswegen mache ich mir gerade voll Sorgen um die Rüstung. Wir brauchen unbedingt geilere Rüstung. Lass mal, guck mal auf die Karte. Wir haben da Hammer. Ich habe ein bisschen Angst, hier auf die Karte zu gucken, weil hier gerade voll viele Mobs sind. Kannst du uns nicht leiten? Also, ich glaube, wir fahren, wir gehen jetzt gerade Süd-Norden. Ne, ne. Doch. Wenn wir da gucken, ist Norden. Und wenn wir hier gucken, ist Osten. Die Richtung ist richtig. Danke. Eine Kiste. Oh, eine Kiste. Eiter, hier ist sogar was drin. Echt? Was ist hier drin? Aber nichts Wertvolles. Naja. Schenken gar, guckt man nicht ins Maul. Griefing ist eigentlich verboten, aber egal. Na, ist nicht verboten, es ist unehrenhaft. Ne, ich glaube, ist verboten da. Echt? Ups. Schon, ja. Ich habe ja nicht gegrieft, ich habe nur was gefunden. War ja keine Base. So ein Kist. Ich habe auch, by the way, ein Stack Rindfleisch. Also... Ich würde überlegen, wenn ich mit sowas sterben würde. Boah. Wir sind perfekt. Wir laufen genau darauf zu, auf die Base. Okay, perfekt. Du kommst bis. Also, das ist halt nur da eingetragen. Das kann natürlich jetzt auch übelst die Bruchbude sein. Ja, na ja, mal gucken. La Cougaracha, La Cougaracha. Das heißt, wenn die ein Netherite-Schwert gehabt haben, muss es doch hier auch den Nether geben. Oder bin ich jetzt blöd? Oder kriegt man das durch Ranks, maybe? Oh, das kann auch sein. Aber safe gibt es. Man kann hier bestimmt ein Portal machen. Ne, es gibt doch die Ressourcenwelt, Elina. Ressourcen? Ja. Ach so. Das sagst du auch. Ah, okay, okay, verstehe. Das ist wahrscheinlich so eine separate Welt, wo man halt geilen Stuff sich schnappen kann. Okay, wir müssen jetzt nach links ein bisschen. Mhm. Okay. Gleich da sein. Da vorne ist es. Woher hast du denn das Schild? Ey, du hast so einen krassen... Oh, ich seh's. Akrobatik auf sechs. Oh, das ist... Wie schade, dass du das schon bekommst. Mann, ich bin einmal richtig... Alter, das ist riesig. Am Anfang bin ich richtig heftig runtergeflogen. Boah, voll die fette Farm. Man kann nicht rein. Oh, man kann nicht rein. Oh ja, perfekt. Der hat aber PvP hier an. Aber der ist nicht da. Oh. In die Kisten kann man nicht. Kleiner Gauner, du. Der hat hier sogar Spawner. Wie geht das denn? Oh, voll cool ist das. Alter, das ist OP. Das ist OP. Man kann ja aber nix. Also, alles geschützt. Ja, das stimmt. Aber wir machen eine fettere Base, Ben. Das Ding ist, wir müssen ja sowieso ein bisschen schlafen. Weil bei mir stand, ich brauche ein bisschen Rest. Das Gute ist, ich habe zwei Betten. Zack und zack. Und dann können wir uns hier hinlegen. Und dann beende ich die heutige Folge. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was wir in der nächsten Folge machen können. Und Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nach Deutschland. Wir müssen nach Deutschland. Bis zur nächsten Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und haut da rein, Leute. Ciao. Ciao.